Hey Leute, Korko hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Avatar, der Heer der Elemente, bietet eine große Vielfalt an Charakteren. Ob sie nun lustig, gruselig, sympathisch oder einfach nur seltsam sind, diese Serie hat eine Menge Leute, mit denen man arbeiten konnte. Egal welche Art von Person du magst, du wirst sie wahrscheinlich in Avatar finden. Und eine der bekanntesten Figuren in der Serie, neben Aang selbst, ist wahrscheinlich Katara, die Wasserbändigerin vom Wasserstamm des Südpols. Katara hat aber eine etwas zwiespältige Anhängerschaft. Einige Fans lieben sie und finden sie fantastisch, während andere Fans sie etwas zu anmaßend und dramatisch finden. Aber ich denke, genau das macht sie zum guten Charakter. Denn sie hat einige wunderbare Stärken und auch einige glaubwürdige Schwächen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie mächtig dieses Mädchen eigentlich ist. Sie hat nämlich das Wasserbändigen innerhalb eines Jahres gemeistert und war maßgeblich daran beteiligt, Azula, eine der mächtigsten Feuerbändigerinnen der Serie, zu besiegen. Man kann über Katara sagen, was man will, aber das Mädchen hat echt Mumm. Ich persönlich mag Katara sehr gerne. Sie ist reif und weise für ihr Alter. Sie ist mitfühlend und fürsorglich, selbst gegenüber denjenigen, die sie für ihre Feinde hält. Aber sie hat keine Angst für das zu kämpfen, was sie für richtig hält. Sie erweist sich als eine große Kraftquelle für ihre Freunde, ihr Volk und sogar für die Welt. Generell ist sie einfach ein großartiger, aber glaubwürdiger Charakter. Ob du nun großer Fan von Katara bist oder nicht, ich bin sicher, dass es einige Dinge gibt, die du wahrscheinlich nicht über sie wusstest. Hier sind also 19 überraschende Fakten, die du wahrscheinlich nicht über Katara, unsere Lieblingswasserbändigerin, wusstest. Glaubst du, ich hab ein paar Fakten vergessen? Lasst es mich wissen und schreibt sie mir unbedingt unten in die Kommentare. Dort könnt ihr euch auch gerne zum Thema Avatar austauschen. Schnappt euch jetzt eure Feuerflocken oder Avatar Cookie Dough und los geht's mit dem Video. Viel Spaß! Ich bin sicher, du hast von den verrückten Liebesgesprächen bezüglich Chips in Avatar, der hier in der Elemente gehört oder warst vielleicht sogar selbst ein Teil einer Partei. Zwei große Liebeskontrahenten waren zu Tara und Katang. Viele Leute waren der Meinung, dass Katara und Zuko zusammenkommen sollten, während andere unbedingt wollten, dass Katara und Aang ein Paar werden. Das war eine ziemlich große Sache in der Welt von Avatar. Letztendlich kommen Katara und Aang zusammen. Aber wusstest du, dass die Autoren mit der Idee gespielt haben, Katara und Zuko zusammenzubringen? Katara und Aang war immer das Endziel, aber die Autoren erwähnten auch, dass sie darüber nachdachten, den Prinzen der Feuernationen und die Meisterwasserbändigerin zusammenzubringen. Die Fans von Zuko können sich also damit trösten, dass ihr Chip fast zustande gekommen wäre. Ich bevorzuge ehrlich gesagt zu Tara, aber ich kann mir vorstellen, dass auch viele mit Katang zufrieden sind. Und ja, es gibt auch andere Chips wie Sokka und Toph. Aber falls ihr wirklich auf die Idee kamt, Zuko und Aang zu shippen, das stimmt irgendetwas gewaltig nicht mit euch. Die meisten Bändigungsstile haben einige Unterbändigungsstile. Die die Bändiger ebenso wie das allgemeine Element erlernen können. Beim Wasserbändigen gibt es beispielsweise zwei Unterstile. Heilen und Blutbändigen. Katara ist die einzige Wasserbändigerin, die beide Unterstile gemeistert hat. Katara erfuhr, dass sie eine Affinität zum Heilen hat, nachdem Aang ihr versehentlich die Hände verbrannt hatte. Als sie ins Wasser tauchte, begannen sie zu leuchten und sie heilte diese Hände. Sie nutzte ihre Fähigkeit, um sowohl Aang als auch Zuko von Blitzangriffen zu heilen. Und sie wurde gezwungen, das Blutbändigen von einer Wasserbändigerin namens Hama zu lernen, welche ihre Freunde bedrohte. Katara verabscheut das Blutbändigen und benutzt es nur selten. Außer in Momenten großer Not oder Wut. Aber ernsthaft, beide Unterstile in so kurzer Zeit zu beherrschen? Katara ist wirklich verdammt stark. Diese Frau ist wirklich eine unglaublich mächtige Wasserbändigerin. Nicht lange, nachdem Katara ihre Heilkräfte entdeckt hatte, verfeinerte sie diese auch beim nördlichen Wasserstamm, wo sie auch mächtiges Geisterwasser hielt, das ihr beim Heilen half. Dieses Wasser erwies sich als entscheidend dafür, dass sie Aang wieder zum Leben erwecken konnte, nachdem er später von Azula mit Blitzen beschossen und getroffen wurde. Sie half auch, Zuko zu heilen, nachdem er von einem Blitz getroffen worden war und rettete ihm das Leben. Das alles geschah innerhalb eines Jahres nach der Entdeckung ihrer Fähigkeiten. Aber Katara hört damit nicht auf. Nach den Ereignissen in Avatar der Heer der Elemente entwickelte Katara ihre Heilfähigkeiten weiter und wurde schließlich als die größte Meisterheilerin der Welt bekannt. Von überall her kamen die Menschen zu ihr, um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie ist also eine mächtige Kämpferin und eine Heilerin. Für dieses Mädchen gibt es wirklich keine Grenzen. Wusstest du, dass Katara ursprünglich nicht Katara heißen sollte? In der Anfangsphase der Entwicklung wollten die Macher von Avatar unsere Hauptwasserbändigerin ursprünglich Kaya nennen. Das wurde jedoch gestoppt, als die Rechtsabteilung von Nickelodeon zu ihnen kam und sagte, dass in einem beliebten Spiel, das demnächst herauskommt, ein Mädchen namens Kaya vorkommt und dass das Spiel ebenso Kaya heißt. Sodass sie aufgefordert wurden, den Namen zu ändern. Die Macher spielten mit dem Gedanken, sie Kanna zu nennen, entschieden sich aber schließlich für Katara. Aber wie wir wissen, wurden diese Namen anders verwendet. Da Kaya und Kanna Kataras Mutter und Großmutter sind. Ich denke, der Name war kein Problem, wenn es nicht die Hauptfigur war. Es ist allerdings ein bisschen seltsam, sich Katara mit einem anderen Namen als den eigenen vorzustellen. Denn ich finde einfach, er passt so extrem gut zu ihr. In der gesamten Serie gab es nur drei Personen, die in jeder einzelnen Episode anwesend waren oder zumindest erwähnt wurden. Mit Ausnahme der Episode Zuko allein. Diese Personen sind Aang, Sokka und Katara. Katara war also in fast jeder einzelnen Folge von Avatar der Hildelemente dabei oder wurde zumindest erwähnt. Das ist jedoch ziemlich beeindruckend, vor allem, weil es in Zeichentrickfilmen aus der gleichen Zeit nicht immer so eine starke weibliche Präsenz gab. Die Tatsache, dass in einem Fantasy-Action-Cartoon eine Frau nicht nur eine der Hauptfiguren ist, sondern praktisch in allen Episoden vorkommt, ist ziemlich erstaunlich. Aber schließlich ist Katara ein so komplexer und interessanter Charakter, dass es nur logisch ist, dass sie in der Serie eine solche Präsenz hat. Und ja, ich weiß, derzeit ist es ja eher so, dass in jedem Disney-Film mindestens eine Person dunkelhäutig sein muss oder mindestens ein Homosexueller dabei sein muss. Aber für die Zeit zurück in diesen Jahr war das wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Immer wenn Aang in den Avatar-Zustand überging, verfügte er über eine ziemlich beeindruckende und zerstörerische Kraft. Anfangs tat er das im Allgemeinen nur, wenn er entweder in großer Gefahr war oder unter großem Stress stand. Mit der Zeit lernte Aang, den Avatar-Zustand zu kontrollieren. Aber bis dahin waren diese Momente ziemlich unheimlich. Es gab zwei große Momente, in denen Aang aus großer Wut und Schmerz in den Avatar-Zustand überging. Einmal, als er herausfand, dass Gyatso von den Feuerbändigern getötet worden war und ein zweites Mal, als er entdeckte, dass die Sandbändiger abentführt und verkauft hatten. In diesem Moment war die einzige Person, die Aang aus dem Avatar-Zustand heraus beruhigen konnte, Katara. Das ist eigentlich ziemlich süß und zeigt die einzigartige Bindung zwischen den beiden. Wenn ihr American Dragon oder die Teenage Mutant Ninja Turtles von Nickelodeon gesehen habt, kommen euch die Figuren Rose und April vielleicht bekannt vor. Nun, dafür gibt es einen Grund. Die Wahrheit ist, dass das Mädchen, das die Stimme von Rose aus American Dragon und April aus Teenage Mutant Ninja Turtles, die Synchronsprecherin von Katara ist. Mae Whitman hat in verschiedenen Zeichentrickfilmen als Synchronsprecherin mitgewirkt. Darunter Filmer, Johnny Bravo, Batman the Brave and the Bold, Young Justice, Drachen, Der Reiter von Berg, DC Superhero Girls und so weiter. Sie hat auch in einigen Live-Action-Filmen wie Independence Day und The Dove mitgespielt. Interessant ist jetzt aber auch, dass Dante Basko, der Zuko spricht, auch Jake, den Liebhaber von Rose in American Dragon, gesprochen hat. Und diese beiden Charaktere kommen am Ende zusammen. Also zu Tara-Fans, ihr könnt euch doch noch freuen. Wusstest du, dass Katara und Sokka ursprünglich etwas jünger sein sollten, als sie sind? Die Macher hatten immer geplant, ein Geschwisterpaar in der Serie zu haben, da sie mit der Dynamik von Geschwistern spielen wollten. In der Serie ist Katara etwa 14 und Sokka etwa 15 Jahre alt. Ursprünglich wollten die Autoren die beiden aber jünger machen. Anscheinend sollte Katara das gleiche Alter wie Aang haben, also 12. Und Sokka sollte nur ein Jahr jünger sein als sie, also 13. Aber als sie die Geschichte weiterentwickelten, beschlossen die Autoren, die beiden Geschwister älter zu machen. Ich persönlich finde es gut, dass die beiden etwas älter sind, denn ich finde, das sorgt für eine interessantere Dynamik zwischen den beiden. Mit beliebten Fernsehsendungen kommen auch die unzähligen Merchandise-Artikel. Schließlich wollen diese Unternehmen Geld verdienen und die Fans wollen ihre Liebe zu diesen Sendungen zeigen. Und Avatar, der Heer der Elemente, war da keine Ausnahme. Es gab T-Shirts, Bücher, Hüte, Spiele, Plüschtiere und alle möglichen Dingen, mit denen man seine Liebe zu Avatar zeigen konnte. Aber wusstest du, dass sogar Lego auf den Avatar-Zug aufgesprungen ist? Wenn du ein Spielzeug oder eine Figur von Katara haben möchtest, hat Lego anscheinend eine Reihe von Minifiguren von vielen Figuren aus Avatar, der Heer der Elemente herausgebracht. Du kannst Katara, Iroh, Zuko und viele andere bekommen. Diese kleinen Lego-Figuren sind wirklich niedlich und sie sehen die Figuren sehr ähnlich. Jetzt fehlt wirklich nur noch ein Lego-Videospiel zu Avatar und wir wären voll dabei. Wirklich, ich habe Lego-Spiele super gesuchtet. Bevor wir aber mit dem nächsten Fakt weitermachen, kommen wir zu einer kurzen Werbeunterbrechung. Denn bei avataruniverse.de bekommt ihr alles rund um die Welt von Avatar. Und das Beste daran ist, mit dem Rabattcode Quarko10 spart ihr auch noch 10% Rabatt auf eure Einkäufe bei Avatar Universe. Dort gibt es alles rund um Comics, Poster oder Klamotten. Das könnt ihr euch natürlich selbst aussuchen. Vor allem ist das Zuko und Iroh Poster wirklich legendär und nicht mehr lange erhältlich. Deswegen legt los und tätigt eure erste Bestellung als Avatar-Fan. Jetzt geht es aber auch schon weiter mit dem nächsten Fakt. Nicht viele Menschen in der Welt von Avatar können von sich behaupten, den Avatar getroffen zu haben. Geschweige denn, mehr als ein. Die meisten Menschen treffen nur eine Version in ihrem Leben. Es sei denn, man ist Katara. Tatsächlich hatte Katara schon einige Begegnungen mit mehreren Versionen des Avatars. Sie hat mit zwei von Aangs früheren Leben interagiert. Kiyoshi und Roku, als sie sich zu verschiedenen Zeitpunkten in Aang manifestierten. Das macht sogar ziemlich Sinn, da Katara neben Aang die spirituellste in der Gruppe ist. Außerdem hat sie nicht nur ein, sondern zwei Avatare ausgebildet. Aang und später Cora. Denkt mal bitte einfach kurz darüber nach. Das ist wirklich beeindruckend. Blutbändiger sind wirklich unheimliche Leute. Indem sie das Blut im Körper bändigen, können sie den Körper kontrollieren und tun, was sie wollen. Sie sind im Grunde genommen Puppenspieler, was wirklich unheimlich ist. Wenn du der Gnade eines Blutbändigers ausgeliefert bist, ist es fast unmöglich, sich aus ihrem Griff zu befreien. Es sei denn, man ist Katara oder Aang im Avatar-Zustand. Das erste Mal, dass Katara tatsächlich mit dem Blutbändigen in Berührung kam, war, als sie mit Hama, der Wasserbändigerin, welche in der Feuernation lebte, zusammen war. Während eines Kampfes begann die gestörte Wasserbändigerin Katara mit Blut zu bändigen, um sie zu kontrollieren. Doch als sie Aang und Sokka bedroht, befreit sich Katara aus Hamas Blutbändigergriff und bändigt sie dann auch. Bis als Katara somit die einzige Person, die es geschafft hat, sich aus freien Willen von einem Blutbändiger zu befreien. Let's go Katara, du schaffst das! Sukos Narbe auf der linken Gesichtshälfte ist zu einem echten Markenzeichen geworden. Sie war lange Zeit sein Erkennungsmerkmal. Und die Erinnerung daran und an das, was sie symbolisiert, verfolgte Suko noch jahrelang, nachdem er sie erhalten hatte. Und ich bin ehrlich, ich kann es ihm nicht verübeln. Wenn mein Vater mir die Hälfte in meines Gesichts verbrannt und mich ins Exil geschickt hätte, nur weil ich ihm widersprochen habe, wäre ich auch ziemlich verbittert darüber. Ich kann mir vorstellen, dass Suko niemanden seine Narbe berühren lassen würde, vor allem, da er nicht gerade ein empfindsamer Mensch ist. Aber die erste Person, die seine Narbe in der Serie tatsächlich berührt hat, war Katara. Als die beiden in den Kristallkater kommenden von Ba Sing Se waren, begannen sie miteinander zu reden und sich ein wenig besser zu verstehen. Katara bot dann an zu versuchen, Sukos Narbe zu heilen, indem sie ihre Hand auf sie legt. Und die einzige andere Person, die Sukos Narbe jemals berührt hat, war Mai. Erinnern wir uns mal zurück an Jet, einen von Kataras potenziellen Liebespartnern, der sich für ihr Geschmack als etwas zu psychopathisch und extrem herausstellte. Jet war der Inbegriff des coolen Charakters. Auf den ersten Blick ist er ein netter, charmanter Typ, der sich um seine Crew kümmert. Man merkte, dass Katara sich auf den ersten Blick zu ihm hingezogen fühlte und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Aber wusstest du, dass Jet eigentlich Kataras erster Kuss war? Es wurde zwar nie auf dem Bildschirm gezeigt, aber die Macher haben bestätigt, dass die beiden sich tatsächlich geküsst haben. Das macht auch Sinn, denn als Toph Katara später fragt, ob er ihr Freund gewesen sei, sagt Katara nein. Aber Toph wusste, dass sie lügt. Für diesen kurzen Zeitraum hatten die beiden definitiv eine romantische Beziehung. Und ich kann es Katara nicht verübeln, denn Jet war ziemlich attraktiv. Aber die Frage ist jetzt natürlich, weiß Aang, dass Katara nicht ihr erster Kuss war? Es macht immer Spaß, sich die Konzeptzeichnung für die Figuren einer Fernsehserie anzuschauen. Denn sie geben einen Einblick in das, was den Machern ursprünglich für den Charakter vorschwebte. Oft sind die Konzeptzeichnungen für viele Figuren noch nicht einmal fertig, wenn die Macher die Serie am Sender vorschlagen. In Kataras Fall wurde das Konzept nur wenige Stunden vor der Präsentation gegenüber dem Sender bei Nickelodeon fertiggestellt. Die Macher sagten, ihnen sei aufgefallen, dass sie noch kein richtiges Konzept für Katara erstellt haben. Also haben sie in den wenigen Stunden, die sie hatten, ein paar schnelle Skizzen für sie angefertigt. Das Verrückte daran ist, dass diese Skizzen so ziemlich das sind, was ihr endgültiges Aussehen ausmachen wird. Seht sie euch mal an. Und daran merkt man wieder, was man alles unter Druck fertigstellen kann. Die meisten Namen in Avatar der Heer der Elemente haben eine bestimmte Bedeutung. Momos Name bedeutet zum Beispiel Pfirsich. Die Buchstaben in Sockers Namen bedeuten Fragen und Blockieren. Und Aangs Name bedeutet friedliches Aufsteigen. Sogar Sukos Name hat eine interessantere Bedeutung. Rang erwecken. Aber was bedeutet der Name von Katara? Offenbar besteht Kataras Name aus drei Buchstaben, die Block, Pagode und Ziehen bedeuten. Das letzte Zeichen ist ziemlich treffend, wenn man bedenkt, dass die Essenz des Wasserbändigen darin besteht, die Anziehungskraft des Mondes auf die Gezeiten der Erde nachzuahmen. Die Idee des Wasserbändigen ist es, die Bewegung von Ebbe und Flut zu folgen. Es ist ziemlich cool, dass ein Teil von Katara namens als Hinweis auf das Wasserbändigen gesehen werden kann. Ihr Wasserbändigen ist nämlich buchstäblich in ihre Identität eingeschrieben. Obwohl der Schwerpunkt der Serie nicht auf Romantik lag, war sie dennoch vorhanden. Zwischen der langsam auf blühenden Romanze zwischen Ang und Katara, der seltsamen, aber unterhaltsamen Romanze zwischen Zuko und Mai und Sockas witziger, aber süßer Romanze mit Suki, gab es jede Menge davon. Aber wusstest du, dass Katara die längste Liste der Liebesbeziehungen hatte? Da war natürlich Ang und Jet und sie hatte beide geküsst. Aber es gab auch Zuko, an dem sie vielleicht interessiert war, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie verraten hat. Und obwohl nichts passierte, gab es ja auch noch Haru aus dem Erdkönigreich. Das macht insgesamt etwa vier Liebesbeziehungen. Ich kann es den Werten herren aber nicht verübeln, denn Katara ist wirklich ein erstaunliches, schönes und unglaublich starkes Mädchen. Wer würde also nicht gerne mit ihr ausgehen wollen? Wenn es darum geht, zu lernen, wie man sein Element bändigen kann, muss man von der ursprünglichen Quelle lernen. Die ursprünglichen Bändiger waren es, von denen die Menschen lernten, wie man die Elemente bändigt. Die Luftbändiger lernten von den Himmelsbison, die Elbbändiger von den Dachsmaulwürfen und die Feuerbändiger von den Drachen. Wer also war die ursprüngliche Quelle des Wasserbändigens? Laut Katara selbst haben die Wasserbändiger vom Mond gelernt, der an den Gezeiten zieht. Was ich daran interessant finde, ist, dass das Wasserbändigen der einzige Stil ist, der nicht von einem Tier gelehrt wurde. Alle anderen ursprünglichen Quellen sind Tiere. Ich frage mich, warum das so ist. Vielleicht gab es Tiere, die Wasserbändigen konnten, aber die Wasserbändiger haben sich einfach vom Mond inspirieren lassen. Trotzdem finde ich es einfach ziemlich cool. Im Laufe der Serie sehen wir alle Arten von Menschen, die die vier Elemente auf verschiedene und ziemlich kreative Art und Weise bändigen. Von Iroh, der Feuer aus seinem Mund spuckt, bis hin zu unseren Sumpfbewohnern, die das Wasser in den Ranken bändigen, gibt es alle Arten von interessanten Bändigungen. Aber es musste einen Ausgangspunkt für die Serie geben. Und alles begann mit Katara. Sieht man einmal vom Intro der Serie ab, ist Katara tatsächlich die erste Person, die in der gesamten Serie beim Bändigen eines Elements gezeigt wird. In der ersten Folge versucht Katara nämlich, Sokka beim Fischen zu helfen, indem sie das Wasser bändigt. Zugegeben, ihr Bändigen war zu diesem Zeitpunkt bestenfalls leihenhaft, aber sie hat es trotzdem getan. Und es ist ebenfalls unglaublich zu sehen, was die Serie seitdem mit dem Bändigen gemacht hat. So Freunde, das wäre es jetzt tatsächlich schon vom Video. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr schon alle Fakten wusstet oder ob ihr etwas Neues dazugelernt habt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und falls ihr mit mir reden oder schreiben möchtet, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, bis denne und Sayonara!